Die 16-jährige Christine Silavan ist am Nachmittag des 10. März 2019 in ihrem Wohnort Lapu-Lapu, ein Stadtteil von Manila, auf den Philippinen unterwegs, um Spenden für ihre Kirche zu sammeln. Sie kommt am Abend nicht nach Hause. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Ihre Mutter meldet sich am Abend, als Christine nicht vom Spendensammeln zurückkommt, bei der Polizei. Eine Suche nach dem Mädchen beginnt und am nächsten Tag wird auf einem leerstehenden Grundstück in einem Wohngebiet in Lapu-Lapu ihre Leiche entdeckt. Sie ist wirklich absolut fürchterlich zugerichtet. Sie hat mehrere Stichverletzungen am Oberkörper und ihr komplettes Gesicht ist gehäutert und das Fleisch bis auf die Knochen herunter abgeschabt. Die Gesichtsknochen liegen komplett frei und die Anwohner, die die Leiche entdeckt haben, sind absolut entsetzt darüber, wer eine so grausame Tat begangen haben könnte. Die Forensiker vermuten, dass der Täter möglicherweise zuvor ihr Gesicht mit Säure verätzt hat, um dies zu bewerkstelligen. Dies kann bei der weiteren Autopsie auch nachgewiesen werden. Ihre Zunge, ihre Stimmbänder, Teile des Halses sowie ihr rechtes Ohr fehlen. Der Todeszeitpunkt wird auf zwischen halb sieben und halb acht am Vorabend geschätzt. Die Tatwaffe, eine Schere, kann ebenfalls sichergestellt werden. Auf der Schere können Spuren von DNA gefunden werden. Eine Überwachungskamera zeigt Christine am frühen Abend, wie sie gemeinsam mit einem Mann unterwegs ist. Um wen es sich genau handelt, kann anhand der Aufnahmen nicht festgestellt werden, doch es sieht nach einem eher jungen Mann aus. Die Polizei nimmt den 17-jährigen John, den Ex-Freund von Christine, ins Visier, von dem sie sich erst wenige Tage zuvor getrennt hat. Er hat allerdings ein Alibi. Er war zur Tatzeit Basketball spielen, was die anderen Teilnehmer auch bestätigen, und hat sich danach noch an einer Marktbude etwas zu essen geholt. Doch es gibt noch einen weiteren Verdächtigen, den die Polizei in Zusammenarbeit mit dem NBI, also dem National Bureau of Investigation der Philippinen, ermittelt hat. Ein Mann namens Jonas Martel Bueno ist für einen Mord an einem Bauern im Bezirk Danao, den er gemeinsam mit seinen beiden Brüdern begangen haben soll, festgenommen worden. Sie haben den Bauern getötet, teilweise gehäutet und ausgeraubt. Als die beiden Brüder von Bueno nach der Tat auf der Flucht sind, werden sie von der Polizei gestellt und beginnen eine Schießerei. Sie werden dabei getötet. Bueno, der sich zu der Zeit seinen Angaben zufolge gemeinsam mit seiner Frau in Buena Vesta aufhält, wo sie nach Arbeit suchen, kehrt erst nach dem Mord an Christine nach Danao in Lapu-Lapu zurück. Er bestreitet, bei dem Mord an den Bauern dabei gewesen zu sein, und auch mit der Tat an Christine hätte er nichts zu tun. Doch auf einer Pressekonferenz gibt die Polizei bekannt, dass sie festgestellt hätten, dass Bueno online mit Christine in Kontakt gewesen sei. In der Zwischenzeit entstehen Gerüchte, sowohl Bueno als auch seine Brüder seien Mitglieder einer kannibalistischen Sekte gewesen. Die Hinweise auf Bueno als Täter scheinen sich allerdings nicht zu verdichten, und einige Tage später gibt das NBI bekannt, dass Bueno doch nicht mit der Tat in Verbindung steht. Auch für den Mord an den Bauern scheint er nicht mehr als Verdächtiger zu gelten. Offenbar waren tatsächlich nur seine Brüder beteiligt. Während die Polizei immer noch gegen John, also Christians Exfreund, ermittelt, obwohl er ein überprüfbares Alibi hat, kommt das NBI noch einem anderen Verdächtigen auf die Spur, nämlich dem 43-jährigen Renato Pajopan-Lenes, einem fünffachen Familienvater. Lenis ist wegen unerlaubtem Waffenbesitzes festgenommen worden und hat während des Verhörs Aussagen gemacht, die den Verdacht aufkommen lassen haben, dass er mit dem Mord an Christine in Verbindung steht. Bei der Untersuchung von ihrem Handy ist ein verdächtiger Gesprächsverlauf zwischen Christine und einem Mann in einer Facebook-Gruppe entdeckt worden, der von Christine bereits gelöscht wurde. Dieser Mann, also laut dem NBI nun Lenis, soll sich dort als Teenager ausgegeben und sie zu einem Treffen überredet haben. Auf der Tatwaffe, einer Schere, wurde ja DNA festgestellt, die mit der von Lenis übereinstimmen soll. Auch bei dem Mann auf den Überwachungskameraaufnahmen soll es sich nun um Lenis handeln. Nach einigen Verhören gesteht er schließlich die Tat und schildert, dass er sich mit Christine über Facebook vor der Kirche verabredet hätte. Da Christine ja etwa einen gleichaltrigen Jugendlichen erwartet, ist sie zunächst ziemlich sauer auf Lenis, als er ihr sagt, dass er ihre Verabredung sei. Sie geht aber ein Stück mit ihm mit und Lenis versucht, sie in ein Gespräch zu verwickeln und beginnt, sie auszufragen. Sie erzählt ihm, dass sie bereits einen Freund hatte, mit dem sie auch intim gewesen sei. Dies hätte in Lenis eine solche Wut ausgelöst, dass er sie attackiert, auf das einsame Grundstück gezerrt und sie dort mit der Schere erstochen hätte. Dann hätte er ihre Gesichtshaut abgetrennt und das Fleisch abgeschabt, um sie unkenntlich zu machen. Wie dies genau zu bewerkstelligen sei, hätte er sich in verschiedenen Videos im Internet angeschaut. Dies würde ja für eine Planung der Tat sprechen und nicht dafür, dass er sie spontan aus Wut begangen hat. Zunächst behauptet er auch noch, dass er bei der Tat zwei Komplizen gehabt hätte. Das NBI beginnt sofort nach zwei Männern, die zu Lenis Beschreibung passen, zu fahnden, aber kann niemanden mehr finden und schließlich zieht Lenis diese Aussage zurück und behauptet, die Tat alleine begangen zu haben. Die Idee zu der Tat hätte er überhaupt erst durch die damals viel diskutierte Momo-Challenge bekommen. Die Momo-Challenge ist, ähnlich wie die Blue Whale-Challenge, ein Internetphänomen, bei dem ein User namens Momo Teenager über WhatsApp oder andere Messenger anschreibt und ihnen zunächst gefährliche Aufgaben gibt, bis er schließlich versucht, sie zum Selbstmord zu bewegen. In den vergangenen Jahren wurde vielfach vor dieser Challenge gewarnt, allerdings gibt es keine wirklichen Belege dafür, dass es diese Vorfälle tatsächlich gegeben hat oder ob das Ganze nur ein riesiger Hoax ist. Durch diese Geschichte hat Lenis sich jedenfalls dazu inspiriert gefühlt, Teenager über Facebook anzuschreiben und zu versuchen, sie hereinzulegen, indem er sich selbst als Teenager ausgibt. Obwohl er dieses doch umfangreiche Geständnis abgegeben hat, besteht Lenis bei weiteren Befragungen dann wieder auf seiner Unschuld. Was an dem Fall merkwürdig erscheint, ist zum einen, dass die Polizei beharrlich weiter gegen den Ex-Freund von Christine ermittelt, obwohl dieser ein Alibi für den Tatabend hat, das von einer ganzen Menge Leute bestätigt wurde und gleichzeitig völlig unbeeindruckt davon ist, dass das NBI sich eingeschaltet hat und einen anderen Verdächtigen ermittelt hat. Zum anderen sucht das NBI dann nach Lenis Aussage zwei weitere Verdächtige, die er nicht namentlich nennen kann und die auch nicht ins Bild seiner Geschichte passen. Doch kaum behauptet er dann, dass er die Tat alleine begangen hätte, geben sie vor der Presse bekannt, dass der Fall gelöst sei, nach weniger als nur drei Wochen andauernden Ermittlungen. Ist Lenis wirklich der Mann gewesen, der mit Christine Nachrichten ausgetauscht hat? Und was ist mit dem Mann auf den Aufnahmen? Kann das Lenis sein? Wurden bei dem DNA-Test etablierte Methoden angewendet, das heißt, ist das Ergebnis wirklich zuverlässig? Wo sind die Zunge und das Ohr von Christine und die weiteren Teile, die an ihrer Leiche fehlen? Keiner der drei Verdächtigen hat dazu irgendwelche Angaben gemacht. Erst eine Weile nach Lenis Festnahme wird Christines Leiche exhumiert und eine zweite Autopsie wird durchgeführt, bei der dann erst mit Sicherheit festgestellt wird, dass sie vor ihrem Tod missbraucht wurde. Dies wurde zuvor zwar vermutet, war aber nicht eindeutig bestätigt. Bei der ersten Autopsie wurde nur ihr Kopf- und Halsbereich untersucht. Diese neue Erkenntnis spricht laut der Polizei auch für Lenis als Täter. Zunächst allerdings, als Bueno noch als Hauptverdächtiger des NBI gilt, hatten sie ja bereits auf der Pressekonferenz behauptet, er sei derjenige gewesen, der mit ihr in Kontakt gewesen sei, offenbar ohne wirklich Beweise zu haben, dass es wirklich Bueno war. Dann soll es plötzlich Lenis gewesen sein. Haben sie nun Nachweise, dass er es wirklich war? Am 24. Mai 2020, noch bevor der Prozess gegen Lenis beginnt, erhängt er sich in seiner Gefängniszelle. Zumindest sieht es danach aus. Ein Informant berichtet allerdings, dass Lenis im Gefängnis Morddrohungen erhalten hätte und deswegen extra in eine andere Zelle verlegt wurde. In der gleichen Haftanstalt sitzt nämlich zu dem Zeitpunkt im Zusammenhang mit einer anderen Tat auch ein Onkel von Christine Zielerwan. Da der vermeintlich Schuldige nun tot ist, betrachtet das NBI den Fall damit als abgeschlossen. Die Ermittlungen gegen John, den Ex-Freund von Christine, sind von der Polizei bereits vor Lenis Selbstmord auch endlich eingestellt worden. So wird in dem Fall wohl nichts mehr weiter ans Licht kommen. Die Ermittler sind überzeugt, dass die Tat so, wie sie von Lenis während des Geständnisses geschildert wurde, abgelaufen ist. Allerdings hat er die Tat vor und auch nach seinem Geständnis geleugnet. Ist es vielleicht erzwungen worden? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dem schrecklichen Fall. Was glaubt ihr, ist bei den Ermittlungen alles mit rechten Dingen zugegangen? Oder findet ihr hier auch einiges merkwürdig? Lasst mir gerne einen Kommentar da. Denkt auch daran, ein Abo und ein Like dazulassen. Und falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Danke fürs Anschauen. Bis gleich.